hallo und guten tag freunde der legion étrangère anbei ein clip der an sich selbst eine radität darstellt denn er zeigt zum ersten mal falschem jäger der fremden legion die deutschen boden betreten genauer gesagt in hammelburg an der infanterieschule um dort orts- und häuserkampf zu betreiben es geht um ausbildung bleiben sie dran bis gleich amitier legionär und ne präsentent pas le plus glorieux régiment du monde depuis le célèbre combat de cameron au mexique la légion étrangère marche de son palan est formidable sur la route de l'épopée au rythme d'un refrain devenu légendaire honneur et fidélité voici la légion und ne präsentent pas le plus glorieux régime und ne präsentent pas le plus glorieux régime wauw her und ne präsenten pas le plus glorieux rafra Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020